ja so weißt du was ich geb's auf lass die aufnahme so genau so startet ja mann so da sind wir wieder genau ich finde das so super so verstehst du so super okay wo wollen wir landen pushen das ist so schlecht oh jetzt wieder so gesagt gleich jetzt raus raus oder wollen wir menschen hoch hier menschen alles menschen in der menschen das heißt wir müssen irgendwo hier abspringen einfach ok 5 4 3 2 1 jetzt jetzt gelb ja wir fliegen zu oh mein gott wir fliegen wirklich mal auf dem gleichen fleck ja bleiben wir locker aber wir sind zu gut das ist selten wir sind halt pros und es ist kein squad hinter uns und mein gott menschen gehört uns allein leute wahrscheinlich die ganze östliche karte hier wahrscheinlich das ende leider natürlich auch hinten wieder beim krankenhaus bis jetzt das wäre sehr interessant das wäre standard eigentlich oder? so ich gehe in mein hinterrith-hoster zwei etage da ist ein dreier-team oh jetzt weit und breit gehen dreier-team ist da am strand hinten da bei mit der Lipika oder mit der Lippow gerade ja genau ja genau erstmal rucksack rein, erstmal ne schoddy wie immer warte mal so ui und die M4 haben wir auch wieder da am Start holo wanne läuft M4 und nur noch ne M4 das ist aber schon nervig Leute das ist echt kacke du tut mir helfe vielleicht das ist echt kacke und holo Visire ohne Ende also das ist aber da tust du mir noch mehr leid aber da kannst du ruhig ein paar mitnehmen so ganz okay damit haben wir den ersten schock durch die m4 kann ich hier nicht mitnehmen die lasse ich lieben ein drittes polo wie sie ja noch mal mit werden darauf granate geschmissen keine ahnung will ich nicht aber es war jemand von jetzt oder tagebutte wartet gab es hier sehen siehst du weil er die geworfen hat auch ja und da keinem auch noch so ein kräftiger bau heute scheinbar alle war von deinem haus zu sein ich war hier noch eine m4 also jetzt ist ja wirklich lächelig dass sie auch wieder liegen immer moni mit dem vier kommen wir gleich mal abholen mit ihr drei jahre warum wenn er drei empfunden hat dreier rucksack auch noch oder wo lute ist du denn da ab hier akm zu verschenken mit moni nicht will den kurs wo haben und m4 so ich habe eine schrotwinte zu verschenken ich habe kurs wo die weg da ist voll toll die nimmt keiner in kurs wo ist aber geil er hat das was was ich noch mal nicht so finde ich denn nur m16 hier überall ja ich finde auch nur m4 das ist übelst nervig gerade alle wo es nicht hier auf ihrer scope nice kommen wir arbeiten aber auch die akm kannst du mir auch jetzt eine dp 20 im obersten stockwerk zusammen mit munition unten stopp dp 28 will die inne haben die muni für eine akm mit habe ich schon ich habe da noch eine tommy tommy gun abzuheben wenn wer will alles ganz oben im haus ganz oben war die akm ja auch ein zweier rucksack auch noch alter leute es nervt jetzt wirklich du tust mir so leise dreier rucksack alter ist das ätzend hier jetzt habe ich wieder mein perfektes setup m4 und akm ich habe m4 und krasbo ich habe die akm ohne geklaut svenne willst du einen tommy gun? liegt da ich habe einen tommy gun? ne die mag ich nicht war ihr schon draußen in den häusern? nein äh svenne brauchst du ein visier oder sowas? war draußen schon in den häusern? rot und holo ok nochmal draußen sind die türen offen äh wie seht ihr denn? wenn dann hake butte ne das? ich hab schon ne gelbe hausen nicht mit daneben das rote ist ja draußen ja genau achso dann war er schon ok mal im gelben gucken gelben brauche ich mal weg griff und holo ist hier noch wenn wir einen köcher findet sag mal bescheid gelb oh moped aus 150 oben oben bei unserem camperhaus ob sie ja alles klar ist er stehen geblieben? ja ist er ich weiß ja nicht ob er auf dem acker stehen geblieben ist ah der scheiß busch stört ich seht nicht siehst du irgendwas? hier ist der dp 28 will die da haben? ne siehst du irgendwas ob sie? ne wa? ich geh auf den höheren funker umschluse gucken hm du gehst doch in die roten hausse achso da gehst du auch ich bin da gerade ich bleibe unten am baum da ist der baum im weg ich sehs auch nicht ich glaub der ist hinterm hügel oder so angehalten ach warte der muss eh unsere richtung kommen ja ja ach was hat hier fallen? da ist ein ich hab mir sehen der ist am hausse oben oben an der mauer ja ist er? ja ja jetzt fährt er weiter ah die fahren weg wir haben angst gut kommen wir jeden hier auf sie kommst du? ja warum weg Leute komm wenn das ihr habt noch 25 Sekunden dann kommt die Zone okay geht los naja ich hab dann durchgeflogen ne ne ich hab auch nur ein 1er ich hab auch nur ein 1er ich hab 2er naja keiner mag besser wisse ich hab noch ein paar kugeln üblich ich schieß dir mal rüber Sven naja mach 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 ostman 2er machst du eigentlich schnell ein 1er oh ich werd beschossen ja und wo? merkst du den Penner ach was hast du das ob sie? war das ein crossbow file ja ach dit war das? war sein ne ich hab bloß das vorbei zwischenhören so pssch direkt neben dein ohr ne mhm ja so in etwa fühlte ich mich nur leider hatte ich diesmal absichtlich auch daneben gezielt ich hatte auch daneben gezielt aber du bist das war wie immer zur Seite gelaufen okay da vorne hat grad sich ein uhr hat sich entweder bewegt oder es war ein Grafikpack oh warte direkt bei 285 an der Straße entweder war es ein Grafikpack oder er hat sich tatsächlich bewegt ich seh gar kein uhr hat sich ich seh bloß ein Motorrad stehen an der Straße ich seh mal kurz dann oder der Baum stört ich seh nicht hier ist noch 2er Rucksack wenn wer will wo ich denn wo ich denn wo ich denn ein bisschen 5er Muni ey Hagebutter dort steht ihm was wo wer ist hier Sven ist da hinter dir noch 5er Muni habt ihr auch nicht so großartig über ja nicht 5er? nö hab ich nur 210 Schuss da kann ich gar nichts abgeben 210? hm ich mach her ich hab 60 da rechts Liffi siehste da oben ist der Urz ach da ja wie viel hast du? 60 ja ok ich geb dir was ab danke hast du ein Mündungsfeuer Ding oder so? ne Mündungsdämpfer vielmehr auch aber ich kann dir noch das hier geben und das hier das? und das hier und das hier? achja ich seh bloß zwei Sachen ja jetzt sind es noch zwei holen und abgewinkelt ne bräuchte ne ich hab den langen schwarzen den langen schwarzen ok dann würde ich sagen wir nehmen den Urz ja ich will nur indem man dieses scheiß Hemd haben was ich jetzt habe mit der roten Krawatte ich finde das sieht voll cool aus ne kappelt ach so hast du das jetzt angezogen was? habt ihr jetzt gelootet hier ich so ich glaub so ich streich so halt stopp warte da kann ich dir das nicht über den Shop irgendwie zumitteln? wenn ich den Ritz stelle? nein nein ja aber da musst du wahrscheinlich erst mal das sieht an alter naja machen wir so 3,2,1 jetzt kostenlos annoying alla annoying guten Tag danke bitte ach wo ist denn die Zone? oh wir sind gar nicht hier schlecht na wir sind noch in der Zone warte oh die dauert ja übrigens lange bis die springt aller mhm nur zum Schluss jetzt schneller hast du ja mitgekriegt so und jetzt liegt die schönen Header geben alter das fährt's richtig wo bin wo bin ja jetzt fährt's hoch ja ich hör's das hinter euch hinter hinter uns steck ein steck ein die Runde jetzt schön auf Höhe fährt hier guck 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 ah da hinten ganz ah gut Sternsalat so genau der hat angehalten ja der lootet ne die haben angehalten die haben angehalten ne ja ne 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 da ne die fährt weiter fahren nach vorne gerade am wald hin ja ja zehn häuser in den roten mhm ok wir sind da oh ich bin Motorräder stehen da rum rechts ist das Haus offen das rote orange oder ist es ein Fenster ich sehe es gerade leider nicht Fenster ok Safe call Leute, Safe call ihr könnt ein Motorrad? ne ein Auto, Auto kommt her oh oh gehörs? ist ein Buggy, wa? hm ist vorbeigefahren ja oben in den Wald rein ne der parkt da oben da kommt noch ein in noch ein Buggy ok er ist weggefahren was ist denn das hier? alter was los mit euch leute ich hab nochmal siebener Muni für dich ne? hat er da noch vernünftigen? oh Gott ne sieben hab ich hier ist nochmal fünfer Muni wie die Geier aber wie die Geier was die Geier hat der angehalten oben im Wald? der mit nem Buggy? hm ne der hielt erst und fuhr dann doch weiter ah ich hab das Camper rausgekriegt nice ich hab noch siebener Muni für dich Sleepy das ist gut brauchst sonst noch irgendwer in dem Muni eigentlich? hier ist Fimber für euch ohne ich hab Fimber halt nur Januscht ok siebener halt gerade mal 60 Schuss hier ist noch neuner und ACP Fimber 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 und siebener wo ich da wer ist bei mir im Haus? ich 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 ok 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 ich hab nur ne Tür bei mir im Haus das macht mich schon immer nervös wie viel rein im Wald? naja ein bisschen Deckung geben falls da doch inner kommen wirst du so ich geh in die Küche und leg hier siebener Muni hin und ein bisschen Fimber achso ich dachte dann auch ja siebener Muni hin ja so halt wirks ein bisschen was mehr weil die anderen fährt keine Späne halt da nicht ein bisschen Munition von lass mal da dronken hin oh die HESA-Zone ist perfekt drin ich würd gar nicht so viel Moven jetzt ne ich will da zu den Häusern noch looten kommt da jemand in Ruhe? ne wir sind ja auch die kann Position kennen ey ich bräuchte nen Schalli dann bin ich glücklich oh das wär ein Traum da steht ein Motorrad da steht ein Buggy also Fahrzeuge stehen hier auch hier noch rum ah da sind die Fahrzeuge hier stehen Schalli und Köcher wär geil ja Fahrzeuge ja ja warten nichts mach einfach weiter ok wir schrauben schnell rum fährst du grad auf sie? ja ja perfekt hab abgeparkt sleepy abgeparkt komm her oh mein Gott hab's geparkt oh mein Gott Nick will dich auch nicht sehen oh mein Gott ich bin so übelst geil das kannst du niemals toppen Sven das geht nicht das kriegst nicht hin das ist Pro Level 2000 alter hier ist noch ne AKM bei mir wenn wir die nicht haben ne du nicht Munition Munition ja die liegt hier hoch liegt hier alles hier hinter dir hinter dir Sven hier draußen da ne Sven da siehst du mein Motorrad nein Sven da achso da ah sehr schön da ist es ich hab mir gesehen wie er umgefahren ja aber Sleepy nicht der einzige Typ der hier die Videoaufnahme gerade macht und er guckt sich das nicht mal an das wär übrigens Highlight gewesen ey achso warte komm mal gucken ja ich hab noch 5 mal Muni hier vorne 5 mal ja auch da hab ich mir näher auch noch schon kann ich n bisschen abgeben ja ich hab hier 220 Schuss wo bist du hier? wo bist du hier? mhm wo ich nur mal kommen ich hab irgendwie da runter kommen oh hier fällt ne Wand runter Hahahaha da Läuft hier Läuft Hörte, Hörte, Hörte Shoulder im Welsen joh Hahahaha der Rütswender Hahahaha Wartste dir machen ein bisschen 5 mal wo bist'n du? da im Wald oh läuft doch hier die Bähne Leute ich fahr hier mit dem Motorrad ey hier Hörte, Schmeiß mal ein bisschen 5 mal hin ja aber hinterm Zaun warte 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 wie warst du jetzt immer durchschlagen ach so wenig hast du aber dann nehme ich dir noch mal 30 wo auf 275 hinterm baum aber dieser häuser block da hinten ist da sind habe ich mir macht das gruppe sehr schön dass du so betont hast dass du nach das gruppe hast da habe ich das so dass ich guck mal ich guck mal durch mein vierer ob ich ihn auch sehe ja man sieht ihn auch durch den vierer warte wenn du so stehen lässt ich kann jetzt warte ich kann in deine waffe rinschießen ich kann in deinen iris gucken leider oder das kann ich nein mach nicht mehr zwei haben kaputt ich wollte dir so ein handy geben also wie ist der plan konzentration überleben ja irgendwie sind wir hier jetzt wir sind eigentlich relativ gut ja von der zone auf einmal mein mark weg irgendwo springt die spielergranate um die ecke und also wenn wir jetzt die deathcamp angucken da steht irgendwo eine am horizont denkt so alter was machen die edels denn da wirklich genau so stehen jetzt gerade vor hätte man hinten so bescheid auf der straße geparkt ist ja der wahnsinn ich überlege ob ich immer den felsen oder den berg hoch hier muss sollte auf arbeiten neuen lieferanten im system einpflegen und ich musste einer frau den namen sagen und ich fühlte mich dabei tatsächlich schlecht wie hat er den perversen namen ja schon also es ist eigentlich verwehrs ist eigentlich komplett normal aber es ist halt die tatsache dass es ein firmname ist es einfach umso witziger firma fetter g punkt das ist echt geil wie kann man denn so den filmnamen nennen alter fetter mit v und g minus punkt das merkst du die wenigsten ja war ihr fachberater für holz und latten das ist doch ein witz oder haben sie jemand getrollt ja aber 2,75 die wüssten ja wie ein jakob achtung hagel wuah oh ich stehe ihm vor ich merke schon machen hier richtig progressiven kopf legt ihr noch meinen hagel da haben wir hier lange weile die müssen alle zu uns kommen ja leute alter guck mal wir können die schön stehen vielleicht wird man das haus hervorherin setzen das hier hinten war oder nie der drohte ins weiter dichter an der zone ran es kommt schon irgendwas hier her urz auf 30 fährt hinten die häuser hoch ja ist stehen geblieben da hinten ist dann stehen geblieben bei den häusern wurde zuerst waren die fahren weiter die fahren weiter auch noch da oben im häuser block irgendwo da die kommen ja die kommen hier die kommen hier die kommen hier schießen ja ihr bastarde die haben angehalten ja die wollen es wissen die haben nicht angehalten ne da unten bei den gelben häusern die hinserinnen passt auf bleibt hinter irgendein baum oder so wenn die mit dem auto kommen seid ihr so tot auf dem offenen feld ja die sind in den häusern unten drin wo ach da unten sind gelbe häuser ja 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 da sind sie drin alles klar die holen wir alle die sind so frisch fleisch na gut aber andere seite abcampen weil die haben sie jetzt in den häusern drin gecampt ja gut und es ist leider schwer ranzukommen weil da da halt nichts ist da sind sie wenn wir jetzt außen auf dem stromkasten zieht müsste eine explodieren alter wird viel geiler ok umdrehen wir treffen sie nicht im haus lasse ich komm weg komm weg ich hab grad in der ecke hingeschossen am fenster ist nur abgeprallt ok holen holen komm jetzt zurück 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 soll ich da so eine blöde Idee in der jetzt werden ich hab wieder diskonnect naja 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 du stehst da hinterher jetzt wieder jetzt wieder oh alter weißt du das da mit diskonnect Sven hat diskonnect Marco bist du noch da? ja aber er ist mute Hage ist da und muted und Sven ist disconnected war das jetzt der Kontrolle oder war das ein Kollege ich hab wieder disco ich hab lags alter ok jetzt gehts wieder hä das ist doch ein cheater alter der hackt doch irgendwie gerade die anderen wen stehen auch nur noch da ich lobe dafür guck wie weit ernst das war ok sleepy wir zwei gegen den rest der welt war hm ich hoffe die kriegen sie jetzt gehen eher ja ja und das safe sleepy hm aber ich seh da hinten rennen bei 240 sehe ich welche rennen die kommen alle unsere richtung jetzt kommst du dir kommst du dir ok ich bin recht am Zaun die sind irgendwie außerhalb der zone alle da ist 180 rechts Auto Auto und da steht er fährt zu den anderen hin zu den anderen Haus ja nice sie beballern sich gegenseitig die stehen ja verbeter da oben ey und keiner sieht sie ja zu offensichtlich wer war das jetzt da? äh Hage nur noch wir beide aber er dreht sich noch ja ah er läuft auch da ist doch aber grad den nachher gerannt ja wo ist der denn? wir müssen dann mal move'n Hage kommt hierher hm das ist schon mal gut schon fast so haben wir schon uns Augen gemacht das soll er herkriegen die nächste zone ist ein bisschen bescheiden leute die schießen alle außerhalb der zone da hinten ja wa oder sind die da in den häusern ah ne jetzt sind sie beide raus beide disconnect ok wieviel kommst du wir müssen irgendwie redung zonen wir sollten uns den weg freischießen oh oh er denkt dann das rechts auch ganz viele noch kommen ne hm alle bäder sind sie raus die hat keiner da oben liegen gesehen oder was wir könnten deren auto klauen hä von wo schießt denn der? ich weiß es nicht hat er dich getroffen? nö ja wir haben einen absoluten Schuss warte mal wir können da hier rüber guck mal ist ja nicht schlecht hier aber trotzdem rechts und links auch oh da rechts stufen welche auf 230 auf der anderen straßenseite ahja ja 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 aber die werden da beschossen mit anderen ich glaube die können wir erstmal ignorieren wir gehen hier in die cooleren hier unten ja die von links müssen auch gleich kommen noch ne ja oder wollen wir in das Haus da vorne rin gerade 2 nein das ist ja eher dort da oben hier bleiben hier bleiben glaube ich oder? ja ja oh auto da steckt dich irgendwo AKM ja m4 Dauerfeuer an oh guck mal da die von aus den Noct ahja außer Beschwiebereis achso unsere ja leg mich mal hier hin oh bitte lass dich ja man nice sie will ich hier oben an der Straße hm leg mir hier oben auf den Hügel hin ok ich mach jetzt das Achter weg und pack das holo raus ok ich mach jetzt das Achter weg und pack das holo raus ja schieße nur auf mich von den noch roten Häusern ja hm aber die sehen mich nicht durch den Baum ok oh da ist ihn dahinter dir happen hä wo der ist gerade aus der Zone gekommen hier unten liegt er in der Mitte lol alter wie lange überleben die außerhalb alle immer ja Energy erste Hilfe zweier Scope erweiter dreier Helm lass dich auch noch ok hab ihn gelootet warte mal eine Pfanne da hätte ich jetzt nicht gedacht dass der noch kommt ja wir haben die Reaktion zu kräuschen mal hm wo mein 3er Rucksack verräten wird bestimmt gerade oder ja guck ob der einen 2er hat ja da gehört die Zonikroches mal ja ich glaube nicht damit wo liegt er hier unten an den nächsten baum da wurde die gras aufhört oder unten aber bewegt ich bewegt die stehe auf und loben ein paar meter er ist vorbei ich glaube ich bin safe in der zone zumindest jetzt kann man glück haben dass die zone zu uns kommt wahrscheinlich jetzt zu den häusern hin ich habe eine splittergranate mit splitter und da hinten sehe ich welche auf 165 ganz oben am berg aber ich glaube die lassen wir erst mal klären die häuser immer noch in der zone theoretisch müssen wir rechts über eine straße werden wir auch mal sehen die uns darum ja ja der hockt am baum wir könnten abschließen hast du eine charlie ne habe ich nicht dann lass ich lieber war ich höre rechts schüsse wir müssen auf jeden fall in die rechts über das ist die klasse und hat noch keiner hier gehört aber die werden dann oben machen wenn man schießt in die rechts hoch ja warte mal wo ist er denn hier kommen kommen wir rennen zurück an arbeiten hinten häuser ja das ist ja wir sind gleich oben sehen und auch wo ich aber ein bekommen ja aber hier sind das ist ja ich habe sieben erste hilfekästen bis welche haben und ich habe zwei ich habe hier sehr vorsichtig dass gegen die anderen da also die neue die häusern wissen dass wir hier sind aber direkt vor mir ok habe ich hier direkt in den häusern sind und schießen auch und rechts scheint irgendwas zu sein ohne kommt jetzt die headshots gekriegt so eine so eine so eine das noch weiter laufen aber hätten headshot gekriegt oben im fenster warte warte vielleicht klappt doch ich werde beschossen der hockt der hockt immer noch oben im fenster drin und die häuser sind immer noch drin was ist denn das für eine scheiße weil der trifft auch mit jedem schuss all das gibt es ja gar nicht der übelste der wichser also wir zeigen ganz auf gott noch mit die hocken einem haus drinnen nein ist kein sport die schießen auf mich glücklich der hier auch granaten aber nicht blend karte hier mach mal wo ich gucke wo ich hocke hier naja wir in die zone kommt gleich wir müssen echt bewegen oder jetzt schießen sie auf mich da sind zwei stück oben drin in den fenstern bei den oh mein gott der lag hier einfach auf dem boden alter neben seinem auto schnell seine koffer geht durch die durch die durch die durch die durch komm 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 ich bin direkt am haus bleib du da wo du bist okay bei mir im haus sind welche bei dir im haus und welche bei mir hoch okay bei dir im haus ich meine granate in ersten stock einfach mal blind nein die ist rausgeflogen wieder die auf dich nein mich auch nicht scheiße die können hier Eldenhaus Ob sie bei mir sind, welche? Bin draußen Wo ist er bei dir? Ähm, sehe ich nicht Hä? Da hinten, außerhalb Ah, er hat mich Er musste gucken Läuft Nice, Alter, schönes Video Ja, nice, Alter, schick'n Dinner Gut, in Gedanken an Hage Butte Und an Svenna Vielen Dank für eure Opfer Genau, und bis zum nächsten Mal